Herzlich Willkommen zu Alligator erklärt seine Texte. Heute Dunstkreis. Kommen wir werden fett im Duett. Hier haben wir also einen einsilbigen Reim. Ich glaube das hatte ich zuletzt als ich drei Jahre alt war und selbst da war es aus Versehen. Hier ist es bewusst eingesetzt um auch meine jugendliche Ader herauszustreichen. Kommen wir gehen auf Klo Stereo. Hier also auch ein Hinweis auf das Lied selbst. Es kommt aus zwei Boxen. Engel spielen Saxophone. Ja eigentlich ein Paradox und Engel spielen natürlich keine Saxophone. Das weiß jedes Kind. Engel spielen Trompeten oder Geigen. Saxophone sind etwas zu anrüchig, etwas zu erotisch für einen herkömmlichen Engel. Es deutet also alles darauf hin, dass die Engel in diesem Lied etwas cooler sind. Meine Viren, Deine Viren. Eine interessante zeitgenössische Neufassung von Mikasa, Sukasa oder auch My Love is Your Love. And Your Love is My Love von Whitney Houston. Eine interessante popkulturelle Referenz auch an dieser Stelle. Ich bin so schön. Ein so schönes Lied.